was die größte angst der menschen es sind tatsächlich steuern wir kommen zu baba files taxes von avitekari gefunden gratis auf itch.io worum geht es im großen und ganzen baba muss steuern machen baba kann nicht lesen und schreiben wir sollen baba helfen müssen bis morgen fertig sein so ein dreck können wir ihm helfen wir werden natürlich baba helfen wir sind glitschen der matrix gab es natürlich aber klar was machen wir denn welche farbe wenn wir nehmen ich mag persönlich blau barbers unterschrift fälschen so sieht sie aus ich kann ich kann nicht mal wir müssen harry potter nicht malen kann das lässt sich nicht alles vor alter das geräusch was los baba wie man das füllen ausfüllt mal die bescheuze fragen und unterschreiben muss ich in echt lese ich alles sehr gut durch sage ich als angehender jurist das lese ich nicht alles alles wie ein gesetz im studium ja habe ich gelesen muss ich das jetzt auch immer richtig machen wird man sonst aber der steuer hinterziehen will was ist das für ein fucking glockending da hinten also das heißt dass ich mich beeilen soll mein name ist baba ich bin baba ich wohne im weltraum ist meine id nummer das ist für steuern wolken wir stehen aus wasser bist du ein roboter jessend was ist lehre das eigentlich mit sport 9 vor jeder wie viele letters wie viele us in diesem satz ne zwei und wurde entweder von mir angefertigt oder einem fälscher der fähig genug ist das ist meine tatsächliche unterschrift ja oh gott und wurde entweder von mir angefertigt oder einem fälscher der fähig genug ist was ich natürlich bin bla 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 ja ich bin auf jeden fall baba Ich bin Baba Ich, der Unterschreiber Verschiede, dass ich existiere Das tue ich Ich erkläre Dass ich, sobald ich nicht mehr existiere Ich den I promise not to haunt the tax office agreement unterschreiben Alter Das Ding ist So ähnlich funktioniert Bürokratie in Österreich auch Ich kriege dann einen Jumpscare am Ende Basierend darauf, ob ich Das richtig ausgefüllt habe Oh Gott Alter Baba Thank you so much Ich war so richtig gut zu Baba Baba ist richtig glücklich Ich habe kein Gesicht gemalt Am nächsten Tag Number one you Okay, Baba bringt das hin Aha Oder Texas Keine Ahnung, man Was? Ich habe nicht ganz verstanden, was Baba machen wollte Aber Du kriegst ein C Okay, ich habe coole Gute quality of my little choice answers Und Okay Geht besser Was passiert denn, wenn ich Regenbogen Wenn ich jetzt Ja Äh Äh Wui Responders name I go Ich bin Kekke Ich bin Ba Nein Nein Unterschreibe ich nicht Unterschreibe ich nicht Um An Herz Ähm Ähm X Und ein Dreieck Ha Na, schauen wir mal, ob das gut ankommt Oh, das dran, weil ich Punkte bekomme. Naja. Okay. Kann ich... Ich weiß nie. Wenn ich gar nichts mache. Kriegt er mal einen Jumpscare? Okay, das war anscheinend Baba Files, Texas. Absolut nix. Ne, witzig. Eerie Atmosphäre. Bisschen creepy. Und Baba ist halt... Der Baba. Na gut, das war's. Ciao, ciao.